Und je härterer kam vom Arbeitskräfte, umso lauter der Ruf nach politischen Lösungen. Welche Antworten hat also die Regierung? Dazu wollen wir jetzt mit dem zuständigen Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher sprechen. Guten Abend. Guten Abend, Frau Schnabel. Danke für die Einladung. Zu Beginn vielleicht aus dem Alltag gegriffen, auch aus Ihrem, Herr Minister. Wenn die Bäckerei ums Eck schon aufgrund fehlenden Personals zu Mittag zusperren muss, Handwerksbetriebe Aufträge ablehnen müssen und jetzt sprechen wir noch gar nicht vom Personalnotstand im Sozial-, Gesundheits- und Pflegebereich. Ist das das neue Normal? Müssen wir uns daran gewöhnen? Wir müssen uns sicher auf Zeiten einstellen, wo Arbeitskräfte knapper werden. Das ist einfach aufgrund der demografischen Entwicklung so. Es gibt viele Jahrgänge, die jetzt im Pensionsalter kommen und die jüngeren Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt kommen, sind kleiner. Das heißt, es wird knapper werden, das ist keine Frage. Aber klar ist natürlich auch, dass es viel Potenzial gibt im Inland und im Ausland. Ich warne nur davor, zu glauben, es gibt das alleinige Allheilmittel. Es geht um verschiedene Maßnahmen, ein Mix an verschiedenen Instrumenten, um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Aber können Sie da als zuständiger Minister, kann die Regierung überhaupt noch rechtzeitig gegensteuern? Sie haben es angesprochen, derzeit gibt es schon mehr über 65-Jährige als unter 20-Jährige und es kommen viel weniger Junge nach. Ist das nicht schon zu spät? Ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Und es gibt ja auch in der demografischen Entwicklung noch verschiedene Möglichkeiten, wenn es um Ältere am Arbeitsmarkt geht zum Beispiel. Also es gibt viele Möglichkeiten, hier gegenzusteuern. Aber es wird natürlich herausfordernder. Und es wird immer dann zu Zeiten einer Hochkonjunktur besonders stark ausgeprägt sein. In den nächsten Monaten erwarten wir ja eine gewisse Abkühlung bei der Konjunktur. Und da wird es nicht mehr ganz so dramatisch sein. Sprich mehr Arbeitslose. Mehr Arbeitslose oder weniger offene Stellen. Aber dass wir zurückkommen im nächsten Aufschwung, wird es noch einmal stärker werden. Deshalb plädiere ich sehr stark dafür, auch jetzt noch weitere Maßnahmen zu setzen, dass wir nicht im nächsten Aufschwung noch mehr Mangel haben. Dann gehen wir die mal der Reihe durch. Jetzt haben wir einen Rekord an offenen Stellen im dritten Quartal laut Statistik Austria. Jetzt kommt dann immer die Gegenfrage. Ja, aber auch wenn sie immer weniger werden, die Arbeitslosen. Wir haben jetzt von 14 Jahren zurückgerechnet die niedrigste Arbeitslosenquote. Stehen dem noch immer mehr Arbeitslose, 300.000 gegenüber. Würde eine von Ihnen schon mehrmals versprochene Reform des Arbeitslosengeldes hier Lücken überhaupt schließen können? Auch da, glaube ich, darf man nicht auf eine Maßnahme setzen. Es geht um die aktive Arbeitsmarktpolitik, also Qualifizierung, Unterstützung von Arbeitssuchenden und dann natürlich auch die richtigen Anreize. Das kann schon beitragen, sonst würden wir das nicht als Regierungsvorhaben haben. Aber es ist nur ein Bestandteil neben vielen anderen Bestandteilen, weil natürlich die Arbeitslosigkeit schon relativ gering ist. Es klingt das viel, 300.000. Ich muss immer sagen, es gibt einen gewissen Anteil, die haben eine Wiedereinstellungszusage. Es gibt einen gewissen Anteil, die sind nur kurzfristig arbeitslos, weil sie gerade eine Ausbildung abgeschlossen haben. Also das klingt viel österreichweit, aber wirklich sofort verfügbar für den Arbeitsmarkt sind dann doch nicht ganz so viele. Eine Reform würde sich ja einen gewissen Beitrag leisten. So muss ich übersetzen. Wenn Sie sagen, es braucht Anreize für Arbeitslose, heißt das nichts anderes. Strengere Regeln, auch Sanktionen. Sie selber haben gesagt, jetzt letzte Deadline, 21. Dezember, wenn es dann nichts mit der Arbeitslosengeldreform wird. Sie können sich einfach nicht mit den Grünen, aber auch den Sozialpartnern einigen. Worauf ganz konkret müssen sich arbeitslose Menschen einstellen? Ja, das hängt davon ab, was dann rauskommt. Auf jeden Fall auf mehr Unterstützung, das wollen wir auf jeden Fall haben. Natürlich auch mehr Verpflichtung. Immer dann, wenn es darum geht, im Programm Sprungbrett war das so, wie der Einstellungsbeihilfen oder bei Qualifizierungsmaßnahmen. Wir wollen, dass jeder, der länger arbeitslos ist, ein Angebot bekommt. Das haben wir jetzt schon sichergestellt. Über eine Qualifizierung, eine Unterstützung bei der Wiedereingliederung oder andere Maßnahmen. Es gibt ja ein breites Spektrum an Maßnahmen beim AMS. Aber natürlich gibt es auch eine gewisse Verpflichtung, einen Arbeitsplatz anzunehmen. Und wenn man Arbeit annehmen kann und das nicht tut, dann soll es auch die Konsequenzen geben. Die gibt es aber jetzt auch schon. Strengere Konsequenzen, strengere Sanktionen. Da wird sich nicht allzu viel ändern. Die Frage ist immer der Umsetzung und die Praktikabilität von solchen Maßnahmen. Auch da werden wir uns natürlich Gedanken machen. Aber es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Daumenschraube anzudrehen. Ganz wichtig. Naja, aber der zentrale Punkt, Verzeihung, ist doch, wird es, je länger man arbeitslos ist, dann auch weniger Arbeitslosengeld geben? Also das sogenannte degressive Modell. Wird es das geben? Das ist einer der Diskussionen. Ich kann es noch nicht sagen, ob es gibt. Aber es ist, glaube ich, ein mögliches und gutes Modell. Sonst hätten wir es nicht diskutiert. Es hat auch die Anreizführung gerade am Anfang. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn es am Anfang ein höheres Arbeitslosengeld gibt und dann etwas weniger wird, hat man sehr rasch auch das Signal, es wäre gut, eine Arbeit anzunehmen. Wir wollen, dass Menschen schneller in Beschäftigung kommen und besser abgesichert sind für kurzfristige Arbeitslosigkeit. Sie wollen sich nicht in die Karten blicken lassen. Dann bleibt Ihnen noch ein anderer Hebel. Das ist mehr und vor allem bessere Kinderbetreuung, damit mehr Frauen Vollzeit arbeiten. Jetzt gibt es aber selbst im Kinderbetreuungsbereich einen Personalmangel. Bleibt der nächste Hebel die Älteren. Da sagt der Demografie-Experte Rainer Münz, man muss ganz ehrlich einmal sein, die Babyboomer, also die, die jetzt in Pension gehen werden, denen muss man sagen, die Party ist vorbei. Die Lücken der Zugang zur Frühpension sollen endlich geschlossen werden. Stimmen Sie zu? Ich glaube auch, dass wir es schaffen müssen, dass Menschen bis zum Pensionsantrittsalter, soweit das gesundheitlich geht, auch wirklich arbeiten. Und wir haben nicht mehr viele Lücken dort. Tatsächlich sind es zum Großteil schwere gesundheitliche Probleme, die Menschen davon abhalten, bis zum regulären Pensionsantrittsalter zu arbeiten. Aber es gibt nicht auch noch andere Möglichkeiten im Bereich zum Beispiel derjenigen, die schon über dem regulären Pensionsantrittsalter sind. Da haben wir jetzt wenig Anreize weiterzuarbeiten. Zum Beispiel, weil die Sozialversicherungsbeiträge sehr, sehr stark wirken. Man könnte sich vorstellen, die Pensionsbeiträge für diejenigen, die schon im Pensionsalter sind, zu streichen. Also Anreize zu setzen, freiwillig länger zu arbeiten. Auch da gibt es viel Potenzial. Wenn das 10 Prozent machen, auch vielleicht nur Teilzeit, haben wir am Arbeitsmarkt viel weniger Knappheit. Aber kommt, Sie sagen nichts anderes, wer länger arbeitet, als er tatsächlich muss, der soll mehr Geld bekommen. Richtig. Das, glaube ich, wäre eine gute Maßnahme bei der Knappheit, die wir jetzt haben. Neben all den anderen Maßnahmen, Sie haben es auch angesprochen, ich glaube, Kinderbetreuung flächendeckend, der Ausbau ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer Strategie. Jetzt reden wir über das alles aber schon seit Jahrzehnten. Aber noch einmal zu mehr Geld für jene, die länger arbeiten. Ist das realistisch, dass noch mit dieser Regierung, und das geht jetzt noch bis 2024, die Legislaturperiode, umgesetzt wird? Also ich glaube, dass das durchaus realistisch ist. Wir haben sehr, sehr konstruktive Gespräche, was das betrifft. Und es gibt nicht unterschiedliche Modelle. Aber ich glaube, alle sehen den Bedarf und alle sehen, dass das auch sinnvoll ist. Es geht ja nicht nur um die Frage, dass der Arbeitsmarkt Arbeitskräfte braucht. Es gibt ja auch viele Menschen, die länger arbeiten möchten in Berufen, wo das geht. Wir sprechen jetzt nicht vom Schwerarbeiter, der Schwerarbeiterin, aber dort das machen möchten. Aber im Moment ist es sehr unattraktiv aufgrund der hohen Abgaben und der Steuerbelastung. Und dann gibt es noch einen Hebel, über den die Politik nicht so gerne spricht. Im nächsten Beitrag werden wir uns das vertiefend anschauen, nämlich Zuwanderung. Das passiert ja schon jetzt. Einzelne Bundesländer, jeder für sich, holt sich zum Beispiel im Pflegebereich, da terrscht akuter Mangel. Menschen aus Kolumbien, die anderen aus dem Vietnam, um eben diese Lücken zu füllen. Warum geht die Regierung nicht her und sagt, wir brauchen ja eine einheitliche Strategie und auch das Bekenntnis, wir brauchen Zuwanderung, wenn wir den Wohlstand, denken wir an den Tourismus, erhalten wollen. Oder wenn die Menschen auch in Würde altern sollen und mehr Pfleger und Pflegerinnen brauchen. Wir haben jetzt gerade eine Reform in Kraft gesetzt, der Rollweiß-Rot-Karte. Das ist ja unser Instrument für die Zuwanderung aus Drittstaaten. Und ich glaube, dass das tatsächlich wichtig ist. Qualifizierter Zuzug. Migration wird für den Standort Österreich ganz entscheidend sein. Ich glaube, das ist wichtig, auch ganz offen zu sagen. Aber das sagen nur Sie ganz offen, Herr Arbeitsminister. Asyl und Migration wird vor allem vermischt. Aber die ÖVP, also die Partei, die Sie ja quasi ins Regierungsteam als Experte geholt hat, die sagt nicht, wir sind ein Einwanderungsland. Sagen Sie das? Diese Frage der Labels, die man da verwendet, klar ist, und da glaube ich, sind sich alle in der ÖVP einig, und auch über die ÖVP hinaus, dass wir qualifizierte Zuwanderung brauchen. In vielen Bereichen, der Pflegebereich ist ein Bereich, aber auch in anderen Bereichen, wir haben das ja auch schon, wir müssen als Standort, auch wenn wir über Staaten in der Europäischen Union sprechen, weiter attraktiv sein, auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht nur für Investitionen. Das halte ich für den ganz entscheidenden Standortfaktor der nächsten zehn Jahre, und das betrifft die ganze Welt natürlich. Insofern wird es Wettbewerb geben, und wir werden da die richtigen Maßnahmen weitersetzen müssen. Die Reform der Rovers-Rot-Karte war ein wichtiger Schritt. Aber die genügt nicht, das sagen alle aus der Praxis, nämlich 5000 Menschen ungefähr haben sie 2021 bekommen. Man bräuchte im Jahr das Zehnfache. Warum nicht, wie es Deutschland macht, eine Agentur, die in Ländern gezielt Menschen anwirbt, die dann hierher kommen, um zu arbeiten und hier auch Steuern zahlen? Das haben wir ja auch. Wir haben die Austrian Business Agency, die das macht. Jetzt kann man sich Gedanken machen, sollte das AMS auch noch mehr Kompetenz in dem Bereich haben, über die Europäische Union hinaus. Auch da gibt es Gespräche. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man jetzt, den Vergleich mit Deutschland scheue ich nicht, ich glaube, dass wir da in den Regeln sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und wir haben ja die Reform erst vor kurzem gemacht. Das heißt, man muss mal schauen, ob sie wirkt und wie sie wirkt. 5.000 waren es davor. Ich gehe davon aus, dass die Anzahl der Fachkräfte über die Rollweiß-Rot-Karte massiv steigen wird. Aber Sie brauchen pro Jahr 40.000. Die Frage ist, braucht ihr Quotenkontingente, braucht ihr einfach eine nationale Strategie, die es derzeit aber so nicht gibt? Also Quotenkontingente halte ich für schwierig, weil da muss man sich auf gewisse Länder konzentrieren. Es muss so sein, dass Österreich attraktiv ist, als attraktiv wahrgenommen wird. Dann wird die Rollweiß-Rot-Karte auch funktionieren. Da müssen auch die Unternehmen dran arbeiten. Das ist ganz wichtig. In den Branchen, wo es Knappheit gibt, braucht es attraktive Arbeitsbedingungen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Aber wir müssen uns darauf einstellen. Und ich glaube, dass die Schritte gesetzt worden sind, die man jetzt braucht. Und wenn es weitere Schritte braucht, werden wir diese weiteren Schritte setzen. Lassen Sie es mich nur noch einmal runterbrechen an einem konkreten Beispiel. Es gibt Menschen derzeit aus Tunesien, die wollen hier bei uns arbeiten. Die kommen und sagen Asyl, die haben aber gar kein Recht auf Asyl. Wie löst man das auf? Es gibt arbeitswillige Menschen, die kommen hierher. Die bräuchte man eigentlich. Die haben ja die Möglichkeit, eine Rovers-Rot-Karte zu beantragen auf der ganzen Welt. Aber die haben die Qualifikation dafür nicht. Auch da gibt es mittlerweile in der Reform relativ viele Möglichkeiten, wenn sie überhaupt keine Qualifikation haben. Dann ist nicht klar, wir wollen natürlich Qualifizierten Zuzug haben. Es ist immer die Frage, sollte man dort in den Ländern auch mehr investieren, die ausbilden. Auch da gibt es eine Reihe von Projekten, wo Österreich die Ausbildung in den Herkunftsländern finanziert, wo die Leute dann nach Österreich kommen können. Das sollte man auf jeden Fall ausbauen. Das sehe ich als wichtige Maßnahme. Aber es macht keinen Sinn, ganz offen zu sein. Kein Land lässt alle Menschen auf den Arbeitsmarkt. Das würde ja auch von der Steuerung in vielleicht anderen Zeiten dann nicht mehr optimal sein. Eine große Gruppe ist hier. Das sind Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Da sagt der Arbeitsmarktschef Johannes Kopf, es wäre sinnvoll, ihnen die Sozialhilfe zu gewähren. Denn dann wären sie auch registriert am Arbeitsmarkt, also beim AMS ganz konkret. Und man könnte somit die Menschen besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Was halten Sie von der Idee? Das müssen, glaube ich, die Sozialpolitiker, Politikerinnen entscheiden, wie das ist. Grundsätzlich ist mir sehr recht, wenn möglichst viele von Ihnen am Arbeitsmarkt tätig sind. Man muss beide Seiten sehen. Eine Integration in die Sozialhilfe würde bedeuten, dass sie auch die Pflicht hätten, Arbeitsplätze in Österreich anzunehmen. Wir haben bisher immer gesagt, es gibt die Möglichkeit, die Wahlfreiheit, es gibt vollen Zugang zum Arbeitsmarkt, aber es gibt keine Pflicht. Das wäre tatsächlich ein Wechsel in der Strategie. Dann gäbe es die Pflicht, auch in Österreich zu arbeiten. Ich hätte als Arbeitsminister nichts gegen diese Diskussion, aber es ist nicht auch eine sozialpolitische Diskussion. Und da müssen die Sozialpolitikerinnen und Politiker drüber sprechen. Aber als Arbeitsminister würden Sie ja sagen. Ich glaube, dass wir viele von diesen Menschen brauchen. Die Frage hier ist natürlich immer auch, wie lange bleiben Sie hier? Viele wünschen sich, zurückzugehen. Und ich verstehe das auch völlig. Wie realistisch das ist, ist schwer zu sagen im Moment. Kommen wir abschließend zu einem anderen Thema, das aber auch ein Jobthema ist. Seit Monaten streiten Sie mit den Grünen über die Besetzung einer sehr wichtigen Stelle, nämlich den Chefposten der Bundeswettbewerbsbehörde. Da gibt es ein Hin und Her, Gutachten gegen Gutachten. Das ist, gelinde gesagt, nicht sehr vertrauenswürdig und auch nicht sehr transparent, wer jetzt hier zum Zug kommt. Nämlich der oder die Beste. Wie geht es denn hier jetzt weiter? Mir ist wichtig, so zu sagen, dass die Bundeswettbewerbsbehörde unabhängig und auch ihren Job sehr gut macht. Also da gibt es kein Führungsvakuum, es gibt eine Leitung der Behörde. Aber da muss jetzt einer hacken, das ist interessant, weil Sie das sagen. Die wird interimistisch von jener Kandidatin geleitet, die zweitgereiht war und den Job haben will. Ja, aber es gibt halt eine Kommission, die vor meiner Zeit eingerichtet wurde, die eine klare Reihenfolge festgelegt hat. Jetzt glaube ich, würden wir in anderen Fällen es nicht gut finden, wenn ein Minister einfach die Reihenfolge umdrehen könnte. Das liegt in der politischen Koordinierung, das liegt nicht mehr in meinen Händen. Ich hoffe sehr, dass es bald eine Lösung gibt, weil ich würde natürlich auch gerne haben, dass es hier endgültig eine nicht nur interimistische Leitung gibt, sondern auch eine dauerhafte Leitung der BWB, die sehr wichtig ist, natürlich in Zeiten, wo hohe Inflation auch zu Wettbewerbsproblemen führt. Aber man sieht anhand der vielen Studien, die gemacht werden, Broschenüberprüfungen, dass sie funktioniert, die BWB. Dass der Vorsitzende dieser Begutachtungskommission ein Freund ist, das erstgereihten, stört Sie das? Ist das vertrauenswürdig? Das kann ich nicht beurteilen. Das wird kolporiert in den Medien. Dass sich die beiden kennen, habe ich gehört, wie eng, also in Österreich kennen sich sehr viele Menschen, wie eng das ist, weiß ich nicht, kann ich beurteilen. Wurde vor meiner Zeit eingesetzt, die Kommission. Der entscheidende Faktor ist, ist die Person, die erstgereiht ist, geeignet? Darüber wird genau diskutiert jetzt. Dann frage ich abschließend. Braucht es eine Reform dieser Kommissionen, wie es NEOS oder die SPÖ fordert? Und wie lösen Sie das Dilemma als Arbeitsminister auf, dem Wirtschaftsminister auch? Denn diese Behörde ist ja Ihnen unterstellt. Also ich glaube, dass man über Reformen immer diskutieren kann. Ich glaube, transparente Prozesse unter Einbindung von internationalen Experten. Das war mir immer wichtig, wenn ich Kommissionen besetzt habe, dass nicht nur Menschen aus Österreich beteiligt sind in der Auswahl. Ist ein wichtiger Faktor. Man darf sich aber nicht der Illusion hingeben, dass man damit alle Probleme lösen kann. Es wird immer Konflikte geben bei Besetzungen, weil es natürlich auch Leute gibt, die die Stelle nicht bekommen. Und damit Konflikte möglicherweise an die Öffentlichkeit getragen werden. Ich glaube, man muss das einfach sehr pragmatisch sehen. Ich habe bisher, wo ich es gemacht habe, versucht, das so transparent und objektiv wie möglich zu machen. Und wie lösen Sie jetzt das Dilemma? Das liegt nicht mehr in meiner Hand, das liegt in der Regierungskorgnation. Und ich hoffe, es gibt eine Lösung dort. Und sonst muss man über andere Lösungen nachdenken. Und dann müssen sich die beiden Parteien einigen. Also eine politische Besetzung, wenn man politische Einigung dafür braucht? Es ist immer so, dass in dem Fall muss die Regierung die Leitung auswählen oder die Besetzung vornehmen. Es gibt eine Kommission, die einen Vorschlag gemacht hat. Wenn es keine Einigung, kein Einvernehmen über diesen Vorschlag gibt, dann muss man über andere Möglichkeiten nachdenken. Aber das ist jetzt, wie gesagt, eine Ebene über mir. Dann lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal die Vogelperspektive wählen. Sie sind ja als Experte in dieser Regierung gewechselt. Und allein dieser Bestellungsvorgang und das Drumherum jetzt, verstehen Sie, dass das Vertrauen im Keller ist? Ich glaube, das wird oft übertrieben. Natürlich gibt es Konflikte bei solchen wichtigen Besetzungen. Und natürlich ist es wichtig, hier gewisse Transparenzkriterien, so gut es geht, zu verfolgen. Aber ich glaube, man darf nicht anhand von einzelnen Fällen, und in dem Fall geht es wirklich um inhaltliche Dinge, gleich darauf schließen, dass Vertrauen verloren geht. Es ist einfach so, dass es manchmal nicht völliges Einvernehmen in einer Koalition gibt. Das wäre auch dann sehr komisch, wenn zwei Parteien immer die gleiche Meinung hätten. Und manchmal dauert es etwas länger. Aber wir haben in vielen Bereichen gute Lösungen gefunden in dieser Koalition. Und deshalb glaube ich auch, dass es, wenn man in der Rückschau auf die Koalition schauen wird, dann doch ein viel besseres Bild geben wird, als vielleicht jetzt manchmal in den Medien kolportiert. Das wissen wir dann erst später. Ich sage danke für den Besuch im Studio. Danke sehr. Danke.